hallo meine freunde und da bin ich wieder diesmal zu dota 2 am start der sandro und der anthony wir sind auch wieder da heute auch mit einer aufnahme direkt von mir jawohl link zu seinem kanal findet ihr in der beschreibung check die man ab es wird jetzt auch aktiv auf einer sogenannten plattform namens youtube teilnehmen oder ja doch ist youtube oder spiel gerade so was soll ich spielen wir haben auf jeden fall einen jack fliegt und ich habe was ist wenn ich jetzt das ist ja was ich bin das war egal ich könnte der dritter wird ab dem hauen so man will das ich kann aber auch schwierig die kre da die erste hatte hätte ich angeboten das ist eine überlegte ich habe nicht mehr im spiel ja oder ich will ja ich würde wahrscheinlich ja da macht ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen was ich bin ich bin ich von dem einen typ der name sogar los von wem dem ach war ja da gibt es sowas zum anderen solche programme und ich wollte was ändern an meinem namen das ist das jetzt eigentlich schon wieder immer so und das ist schon wieder lächerlich lächst du ich bin ich hätte eine empfehlung für dich spielen oder kredite leid schieber frutsch als support die mit einer die was in den nächsten feld Nee, wenn du mich jetzt da drin... Ich... Ich... Oh ne, gegen den... Nee, weef... Oh... Reicht jetzt? Nee, ich hab... Oh ne, ich hab selber... Ich bin ein Motorbraten... Na, na... 87 Cent... Was ihr machen könnt... Was ich euch empfehle... Ihr nehmt das Video von Sandro... Nehmt das Video von mir... Startet die parallel... Macht ihr beide auf Halbbild von einem... Mutet ihr den Ton... Und dann habt ihr beide Ansichten... Zugleich in einem Video... Wunderbar! So macht ihr... Ihr nehmt einfach eine Festplatte... Sagt, nehmt die zu dir... Und du machst ein Double... Nehmt die nicht... Nehmt die nicht... Nehmt die nicht... Hast du das... Habt ihr mir jetzt zugehört... Ja, ja... Wir haben zugehört... Ja... Obf einfach nicht... Nehmt die wirklich irgendwas... Mit Festplatte... Festplatte... Du sollst das Video herbringen... Und dann soll ich das so übereinander schneiden... Ach so... Und da bis Green ist auch los... Ja, das ist wirklich lustig... Boah, warum muss ich in letzter Zeit... Immer wieder die Bills auswählen? Ich muss einfach... Oh, die Hände... Deine gespielt hast... Ähm... Kann mir jemanden... Was möge ich... Ja... Vielleicht... Ich hab kein Geld für Tango... Hier fragt... Alter, die kaufen alle nichts... Am Arsch, Alter... Als ob ich nicht genau genug Tango's bringe... Na gut, ich hab ne Lebensrack ne gute... Mit meiner Partsicht... Und dann... Dafür krieg ich den Bottom... Dann gehst du... Du gehst an die Top... Ne... Zadro, dafür gehst du an die Top-Lane... Naja... Und hast du ein hässliches Set, Oli... Ja, na... Sieht richtig scheiße aus... Ich bin das so fett, Alter... Hätte ich mich... Ich hätte mir davon was anderes überholt... Ich hab's ja gezogen... Ich hab die Kiste so oft aufgemacht... Da konnte da nur noch das DK-Set drin sein... Ich... Lass da sowieso nur Lauf... Ah... Aber ich zeig erst mal... Ich zeig erst mal hier... Dass ich hier der King bin... Und dass die Rude mir... Ne, ne... Ich geh hier... Hast du... Wartest du? Hast du ein Wart dabei? Ne... Oh... Nice... Ja, toll... Bei mir stehen ja die ganzen Gegner... Und meine Teamkörper haben halt... Das nehmen wir nötig... Ja, doch... Der Timber, der Timber kommt... Der Timber kommt... Ja... Das Problem... Das sind Tiny... Alter... Das leckt gerade... Hat gerade gelackt, man... Hat gerade gelackt, Alter... Ohne Scheiße... Okay... Soll ich mal löschen? Soll ich mich löschen? Soll ich hier raus... Soll ich lieben? Ja, bitte... Disconnect und deal... Das macht er doch... Ich mach das... Ich mach das... In letzter Zeit gleich sowieso ne Zuge-Fan... Ach, Quatsch... Oh, oh... Ich hab's blocken verkackt... Bist du Kacke... Du bist ein DK... Oh... Ja, und weiter... Oh, wir haben ne Viper am Arsch, Alter... Alter... Ich kann schon leben... Wir haben ne Viper auch noch gepickt, Alter... Ach... Mh... Hinterwärtig... Als ob die Viva nicht schon reicht... Yes... Ja, sicherlich... Sagen du gefocust wird... Freu dich doch... Ja, wir haben Beides auf der Lange... Ja, wir haben Witch-Dock dauernd... Oh nein... Ja, ich kann auch nix machen... Sie sind zwei Fernkämpfer... Hier... Harass mal den... Ja, genau... Der... Look it in... Look it in... Ich bin hier fast tot... Wenn ich da einmal rangebe, bin ich tot... Who calls... The Dragon... Mh... 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 Halt sie eingeladen... Counter-Strike zu starten... Und jetzt kommt wieder... Sorry... Ja, Mann... Ich hab doch jetzt Lebensdreck... Ich konnte... Ich konnte die 2 Treffer... Ich hab nur 5 Lebens reinkommen... Freu dich eigentlich... Ja... Das ist nur zum Harassen... Ja... Das ist nur zum Harassen... Okay... Nur zum Harassen... Und ich bin gestunnt... Und ich krieg da mal einen Stun rein... Meistens... Doppelstun auf mich am Arsch... Ja... Es war nur zum Harassen... Hab ich dir aber gesagt... Ja... Und ich wollte ihn auch noch Harassen... Hab ich dir auch gesagt... Ja... Aber... Du bist ein Acker... Was? Ja... Nee... Egal... Oh Mann... Drei Lastsets... Läuft bei mir am Arsch... Sollte ich... Wollte ich eigentlich gar nicht abschicken... Kannst du denn in meinem Video selber... Was? Was ist geschehen wohl... Vielleicht... Mit jeder... Was ähnliches... Wollte ich auch noch... Wollte ich auch noch... Wollte ich jetzt meine Aura... Und ich bin Level 30... Wie jetzt gar nicht... Oh mein Gott... Oh... Anthony... Witze... 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 Macht jetzt keinen Spaß... Und Stumro kommt nicht mal... Kommt nicht mal ganken... Ja... Spiel läuft 2 Minuten... Ja... Ey... Du hättest mindestens schon... Fünfmal kommen können hier... Hier... Wtf... Krieg den Stun rein... Verpiss dich... Ja... Ich hab... Ich krieg... Wieder ein Doppelst... Wenn ich jetzt... Das... Ich überlebe... Das... Ich hab's mal erlebt... Ich stehe ein bisschen... Passiv... Gerade... Ja... Die... 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 Das... Die... Die... Das... Das... Wie... Was waren... Das... Die... Euch... Ich... 萌... Wenn ich jetzt wieder einen Stun reinkriege, ne, nein. Wenn habt ihr erst allein. Viper und Witch. Voll für den Arsch. Oh, meine, ich wollte... Krass. Egal. Läuft gerade gar nicht bei mir. Sechs Larsets läuft, oder? Mhm. Äh, Viper missing! Geht sowieso noch... So, mein Z-Ring, ah, mein Z-Ring ist fertig, so... Okay, ich besuche meinen Power-Treats. Hey, wir haben den P-E. Ja, wir haben den P-E. Er sagt, du kannst, kannst du auch unterkommen. Ach, komm wieder. Ah, mach ruhig, Sand. Nächstes Level hab ich nen Jump, dann komm ich. Fettm-Strike. Ja, jetzt macht der Witch nicht mehr so viel Schaden, wenn ich einfach mal... Ich hab ne büste Rüstung. Zum Glück hab ich meine Quelling-Plate. Da komm, Tiny, die mir nicht auf die Nervenwürste. Oli, nein, Oli, nein. Achtung, Stun! Ich warte schon drauf. Loil! Ja, komm! Ach, ich... Du bist tot. Ich hab Gas noch mal gesehen. Der fällt, glaub, gerade. Ja, komm, ich unten. Ich komm gleich, komm, komm. Ja, aber jetzt, jetzt, im Moment, gerade nötig, weil... Anthony, gerade nötig. Weil... Weil... Ja. Ah, Anthony wird relativ schnell kommen, oder? Oh, Mann, ey. Kannst du mal kommen? Ja, ist ganz nett. Ja, das ist gut, ja. Ja, das kann man. Ja, aber ich könnte passieren, dass es jetzt wieder klappt. Alter, mein Maus ist fettes Dreck. Das Dreck fällt auf. Ja, das ist einfach heiß. Aha, boah. Das sind immer solche Sandkrümel. Komm, ausweichen, 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 ausweichen! Bitte, bitte, bitte! Ah! Die Ausgewicht habe aber trotzdem überlegt. Oh Mann. Da kommst du jetzt gar nicht mit. Doch, da. Also, ich bin rekt in der Nacht. Tja. Missing. Okay, sind wieder da. Nix missing. Die hat schon ihre Boots am Aaaaah. Medusa hat scheinbar einen nicht so guten. Das ist geil. Medusa und Weaver zusammen auf einer Lane. Und beide machen sich einen Aquila. Total genial, oder? Naja, läuft bei den. Und du hat die Scheiße. Schon lange. Ich kann mich unten in die Boots rein. Wir können ja mal kurz mal was zeigen. Wird schockt da an der Runde. Ja, dann holen wir uns jetzt die Viper. Gänze. Warte, 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 warte. Die haut ab. Ich komm. Kommst nicht rein, Mann. Nee. Komm auch nicht rein. Gänze, musst du kommen. Ich bin da. Kriegst du noch? Ich kann nichts mehr an. Ich kann nichts mehr an. Ich kann nichts mehr an. Ich bin tot. Ich bin so oder so tot. Oh, ich überlebe das! Was? Ah! Oh Gott, Tiny! Überlebt ihr das? Nee. Nee. Ich hab meinen ersten Skill, ne? Sandro? Oh, komm. Scheiße, ey. Ich hab gedacht, ich krieg einen Ausweich noch mal auf Tiny. Ähm. Nee, letzten Teil. Welcher ist der Richtige? Auch der, der da... Nee, da ist. Also, ihr müsst machen, fast kein Schaden. Ähm. Da ist er. Pass auf, er ist ein Zwölfter. Gleich statt was zu werfen, ne? Ich hab Lust auf ne Tiny irgendwie. Aber ich hab auch irgendwie Angst, weil der irgendwie... Nee, ich glaub so. Nee, komm jetzt draußen, Sandro. Ich weiß, dass ihr mich gesehen habt. Der Pisser braucht nicht so einen Schritt schon. Okay, Tiny ist weg. Nee, Tiny ist immer noch da. Sandro, kommst du? Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Jetzt ist er wieder zurück. Jetzt ist er noch mal. Und jetzt ist er wieder zurück. Bist du, die nicht, alle sind. Alltie ready? Oh, ja. Mann! Ich krieg keine Last Hits und keine Kills! Auch jetzt auch wieder down. G-Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ehh! Mann! Alter! ich habe nicht den hohen auto-attack so wie du kriegst du noch achtung es kommt okay den humans hat um teilen hat ich glaube menschen okay der art und ich wäre geworfen und ich werde gestahnt werden ich komme nicht raus ich war noch mal schaden habe wenigstens mal kurz jetzt hast aber die weibung ist damit die hat sowieso nur ein 3 ich war schnell wenn ich nicht nur mit der schuldig 40 60 80 bei 0 2 als kaffee 0 2 0 2 ja guck dir alter ich würde Zeit das ich jetzt mal ein paar Lastes hier mache Alter was macht unser Tim auch so bitte? Wollt nicht mal Level 6? Der war ja auch mal im Klager zusammen Ja stimmt das halt trotzdem Level 6 Wenn du mit Gankern Dadurch das Gank hast du jetzt viel Level verloren ne Alles noch gut bei dir was Ja Ja ich bin Level 10 Ich hab 9 Kills gemacht Also mit dem Level auch Tiny Top Oh der Tipps auch rein der Tipps auch rein Ah die Viper ist tot ne Wollt grad sagen Viper Missing aber Komm jetzt nochmal zu uns Bitte Komm rein Ja ich kann nichts machen ALTER Wie oft Gestunt am Arsch ey Klingt einfach so fett Ne ich bin schon wieder halb turn on Das ist doch ein Lacher Widerlich Na ja Na ja Na ja Na ja Na ja Ich bin da Sandro Eine Viper Hhhh Okay ich hab nichts machen Wenn ich da jetzt reingehe bin ich auch wieder tot Das ist so hart wie man Okay Sandro Let's go Wer ist das? Ah geh weg von mir wegen Sand Sind sowieso Creeps da Ah gut okay ich werde draufgehen Nein warst du nicht Wiper Old and Maledict drinnen Das ist doch jetzt aber ein Nix-Geben. Warte. Kannst du blinken? Oh, er überlebt. Dann wäre ich jetzt ins Neutral reingerannt. Das ist dann wirklich so die allerletzte Möglichkeit, ins Neutral zu rennen. Ah ja. Hättest du einen Radiance Cup erst draufgegangen, weil der Neutral ist nämlich auf dich gekommen. Okay, nein. Das ist grün. Glaub ich nicht. Doch, glaube ich schon. Achtung, die ist neben mir. Alter, ich bräuchte ne Mumma. Die sind... Nein. Schando kommst du weg. Ulti, Ulti. Ich krieg den. Geh zurück, geh zurück. Krieg ich eben die Wrafer? Ne. Ne, du hast deine Wrafer. Ja, am Arsch, Alter. Nein, einfach zurück. Tiny. Mann! Was macht Top da eigentlich? Die gehen auch noch drauf, oder? Ne, geh jetzt nicht. Ja, vor allem die sind dritt unten und die kriegt jetzt nicht mal in den Tower zu defenden. Alleine gegen eine Scheiß. Medusa. Hä, wieso alleine gegen eine Medusa? Naja. Weil die Medusa alleine dort ist. Und die sich den Portfauer trotzdem einpushen. Wo ist die Wrafer? Die Wrafer war unten. Und die Viper ist gerade nicht da. Naja. Was machst du, Jagger? Wo ist der? Mitte. Ach, da. Stimmt. Level 8 am Arsch. Wieso sind die Level 8? Ich hab ne 0-3. Und wenn auch... Ja. Daneben gestunnt, Tiny. Oh ja, ich hab noch nicht mal meine Boots. Das ist zum Heulen. Halt lang. Das ist eine Runde, so wie sie nicht laufen. Nein, das ist echt Lachen. Hat gewesen. Der. Oh, Alter. Äh, Ult. Ult ist fertig, ne? Na, kannst du ja zum Fischen dann anmachen. Ah, ich hasse es zum Last-Hitn, weil der Autotex so lang hat. Warte. Ich bin zuerst dann. Ach so, mein. Ach so, komm. Ich kann nicht stun. Ich hab kein Stun, ready. hättet ihr mich nicht die ganze zeit gestanden achtung von der seite ich bin ich bin mit meinem gut finde ich mir gesagt genau und ich habe leistet man müsste sich wirklich eine mom machen statt einen helm sandro soll ich meine mama ich geht drauf ich kann nichts machen also wieso bin ich schon wieder gestanden ich war meine morgen überlegt hat auch ich bin um zu fern weil ich einfach mal voll fett ist auf dem dk eigentlich naja aber mach dir lieber erstmal ein AC und sein Scheiß BKB älster ich will aber noch ein AC du musst tanky mehr ja dann mach dir den Helm of Dominator beziehungsweise dann später satanic ich kann ja nicht mal lasten hier ok hab ne refi hinter mir hab ne refi neben mir hey ah einfachst dann idiot und noch nicht mal geslowed hat er mich ich mach mir ein Terminator warum krieg ich einfach zu viel schaden ist dann das problem wer kommt jetzt hier blau sandro wollen wir uns holen nein zu spät läuft bei dir kacke aaaah hast du lieber gesellen mit ihren 5 Label die sie dann noch hatten schön dass es bei dir wenn es läuft naja schön dass es bei dir ist ihr macht Kills also ihr macht Kills und ich mach es ist es geht ich muss ja meine Aussagen ja korrigieren stimmt ja den ganzen aber ich hab jetzt ne schöne Rüstung das heißt ich kann das auch mal diven noch mal hihihi ok der hat schon Dagger oh das heißt schon oh mein elektra darf und zu echt hart riß oben schau dir den geilen shit an den ich schon hab voll hardcore alter ok hol dich mehr ahahahahaha das ist doch mit überlegt ich kann auch mal ein ring an machen wir haben gleich zwei leute die eigentlich aber sollst du eigentlich wieso habe ich jetzt den krieg ist dann bloß weil der weg geblinkt ich habe so ein teil am schiedel das ding hat mich getötet ja die ist tot dann hat mich die bieber getötet hier der ist immer weiter die läuft am arsch ich sag doch diese einfach zu krass wenn wir die runde gewinnt ist wieder meine erfolgreichste ja ja dann müsste dann haben beide 10 6 mein terror kann man hier irgendwo entspannt farm sieht die mitte sieht so aus ich glaube ich kann ich kann nicht lange tanken meine voll am füllen kriege ich ja damit der gleich stress irgendwie ich muss nur wissen dass ich ja gut ich habe es dann ja eigentlich der teil ist ja ich brauche jetzt mein farm Tiny kommt hoch Was heißt du? Der hat Dagger und alles ready Wollen wir hin? Newton Wir haben uns gegenseitig gestunnt Stun, mach weiter Du hast ein Timber Sword Wie ist er rekt? Und ne Viper Das ist das, was mit mir ist Das Ding ist eigentlich in die Welt durch Tiny drauf Oh, am Arsch Was war das? Weil ich es direkt vor mich kann so weiter Im Notfall kann ich ein Soaring einsetzen Und dann Nehmen wir die schnell Soaring is ready, ne? Achtung von Top, kommt Weaver Alli kommt zurück Wir bleiben bei uns im Hype-Count Hey, ich hab Mana bekommen, hat jemand Mana Boot aktiviert? Das ist ne Hat Timber so welche? Der hat Timber so hard trash und hier aktiviert Okay Senk your Timber Froze Mana Ich kann keine Doppelstauk Fick dich mit der Lade Scheiße lieb Ja, ich durfte ulti tanken Mann, ich geh nur drauf, Mann Dann... Und das ist zu heulen Nein, das ist... O Gott, oh Gott Ich kann ja nix machen Ich kann ja nix machen Ja sicherlich Nein, dein Rempatch doch nicht Ah und zeig dich, ok scheiße Ich bin... Ich weiß nicht, dass du stirbst Ach, der umtue ich nicht Aber du sagst das ja Ja ok, ich werde sterben Was macht die? Was macht die? Zeigt sie sich gleich? Ach, ist noch durch... Ah, ich bin so scheiße Ich krieg's grad echt nie hin über mein Bildschirm Switch Wirst du zurück oder das andere vorweg? Ja, warte Ach, ich hab PKP Oh, keine Nein, gegen Wipe auch nicht Stand off Kann nix machen Ah, kann, PKP ist ausgelaufen Stand off Okay, jetzt finch die heute Ich kann nix machen Sorry Ah, warte mir Ich weiß Oh, ist ja hässlich Ich fahr gleich mal aus der Deck Oder so 54 oder 60 50 Äh, 55 Leute Wir haben... Unser Team hat 29 Kills Ich hab 28 davon Was ist denn das wieder? What the? Ich hab ja bottom auch gar nichts bekommen Wollt ihr mich verarschen? Die Frage ist, ob du uns verarschen willst Ne Das hab ich verpasst Weil Sammeln noch viel weiter hat Also, vor dem hast du ja schon alle Kills gehört Also, ich hab 7 ist es Äh, 8 ist es Ich hab auch 8 Ja Und der erinnert kürtet aber auch fans von Timber-Sauber-Stil Hehehe Äh, für PA wenn ich es so sehr farm Ja Ja Ich hab... Ach, äh... Ich hab 65 Lars sitzen Ja Dafür 28 Kills Wie farm man ein... äh, wie levelt man eigentlich seine Klinge? Äh, durch die Punkte Durch die Kills oder was? Ne, Punkte Ah, ne, Punkte Ah, die Punkte kriegst du pro Sieg Ach, 10 was, Alter Ich push mir zu viel Top Aber irgendwie hab ich keinen Ja, aber die fällen alles, die werden hoffen Ich schalte mich mal vom Ackermann, ne? Ja, genau, das würde ich schon mitfahren So, jetzt nochmal dran einlässt Ich hab so... ah, ja, okay, die Viper Okay, die sind dahin geh... Hätte er sein... Ich hätte eher gedacht, dass ich so hier laufen Warte mal Ich geh mir mal den Tiny-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom-Dom BAM 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 Dafür... dafür feated Sandro aber auch nicht Hat die Weißen-Tode Geht jetzt wieder drauf Warte Da jetzt um dort hinzuspringen, weißt du Darin Medusa-Odi noch anwarten Jetzt würde ich tanky, Alter Meine AC ist... Ist schon weit... Also hat schon auf jeden Fall das teuerste Teil, oder? Ja doch, das Rezept ist... Geh dran Geh dran Besser der Witch-Joktor als die Viper Besser der Witch-Joktor als die Viper Besser der Witch-Joktor als die Viper ist echt so Ich hab lieber einen geformten... Witch-Joktor als die geformte Viper Da ist ein Witch-Joktor Wieso hat der Jugger eigentlich... Vor allem der ist the same level like me Und der Jugger? Ich weiß nicht, was mit dem Jugger Alter, was ist bei... O, Huch U, Huch Jaygah Ich versteckt grad der FK in der reiste Achsso der ist FK Na Was soll der Scheiss? Huh Rauszeugern? Nö Der ist trotzdem Hä, spielt mehr, spielen wir Рanked oder Unranked? Der Spin, Ranked glaube ich Da, an der ist zu spielen Was? An der ist zu spinnen ich will den grad ist dann meine reichweite jetzt zurück die fällen auf dem wirst du hast doch der wirkliche riefer am arsch wer wusstest du das weil ich den sie dir gesehen habe und dann bist du dort nein 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 mann wie soll ich nur in den live-stil jungen gehen ja ich hab so eine rüstung hast rüstung und lebensfänger ohne ende ich geh jetzt ich gehe kurz top und dann gehe ich in jungen ich gehe kurz top und dann gehe ich in den jungen ist das ok ok jemand anderes geht top jagger ist wieder da ahhh sandro kommst du bitte alle da deswegen gehe ich in den jungle ja sandro läuft bei dir ne ich hab gedacht dass das hat ich sag so du kommst so warte ja ich hab die inwes gehen kann er mehr du hast wo ne ah da hinter dir ne wo ist er mann ja wir sind 13 Sekunden da ahhh sandro augen auf dem straßenverkehr ich weiß nicht was ich gerade was es gerade ist aber ich krieg es einfach nicht ich weiß aber nicht was du machst lachstrater oder stehst du da oben geh wieder drauf ah der will roshan ja die haben da du jetzt ja wahrscheinlich kann aber auch nicht setzen ich hab kein gold drauf ich hab mir einfach meine ladungsmaug ja ja ich wollte ihm nur sagen dass er aufpassen soll die bv10 locker weg so hallo du sagst ich soll farm und du farmst mir meine meine kämpfe ab hallo alter die spawnen gleich wieder die spawnen gleich wieder am Arsch ja 20 Sekunden ja 20 Sekunden alle kamen mit Rausch ich glaub da geht jetzt nicht Rausch ja die gehen raus komm rein die die versteinert ja komm 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 hast du blink hast du blink du hast vision hier oben nee eben nicht vision vision warte ich geb dir vision ich geb dir vision ich seh sie nicht mehr da hinten kommst du nie hin so doch also das ist wirklich das was du nicht machen kommt auch schon wieder zurück mann ich krieg ja wenn man so eine geformte bm-team kriegt man ja auch nichts ab ist aber jetzt kann man auch schon entspannt ist jetzt kriegt man ja bei der 06 in der ersten links hat bei mir endet bitte zu sehen ist uns gar nicht sein kommst du jetzt bei mir war gerade die riefer geht bei ross rein ich bin dann rein ich geh nicht ich bin war geht auch nicht haben wir einer ja alle also riefer dort bei dir jetzt kommt riefer gleich mir egal ich mir so einen schuss ja jetzt kommt er dann trock sorry anthony ja ostgeolid ich hab so nachgesehen ich hätte sie ganz allein bekommen aber ich bring alle hin riefer das meint lastet jawoll das meint lastet jawoll das war gelb ein witchdoktor was für ein witchdoktor hä wer ist ein witchdoktor was meinst du äh meinst der der jetzt zurd ist ne ich war neben dem witchdoktor ich glaub der schon mal zurd dort kann sich ich hab mein nebse jetzt warst du ein hart ich bin tanky naja ne wirklich aber ich hab verdrissen ja danach marschen wir meine mk äh meine braun da drücken wir tower bitte ja ja dann kommt zurück ja ich gehe durch ok ja ich komm gleich wieder ja aber ja ich komm gleich wieder ja aber ja ich komm gleich wieder oh mein scheiße ich hab keinen bkw kann sich inner für mich zum voranspringen anbieten ja ich bin ich bin der hallo tower alter ohne scheiß ja der tower sagt mir mal plädt ja der tower sagt mir mal plädt land hoch tower kann nix gegen den machen ja wieso bin ich da überhaupt reingegangen frag mich schon nix ich weiß ja auch nicht warum das andere versuch zu helfen pfff mein letztendlich tower denk ich den scheiß tower naja und geh fast drauf meine mom ist fertig äh meine ich würde mir jetzt gerne den kurier bestellen ich würde mir jetzt gerne den kurier bestellen ich sagte wenn du bestellen kannst ok ne dann geh ich ach scheiße oh god wie da bin ich denn scheiß denkst du alt ne medusa alt geht doch mal die immunität äh lapp oh man oh warte mal also wenn sich jemand hier raustraut wahrscheinlich weil ich hier bin genau deswegen Alter wieso haben wir keinen dust oh oh jetzt machen du wirst wieder gesponnt ne schatz ich habe das ja jetzt schon alter am arsch ach ach wieso hast du das schon verbrauch alter weil du immer so weil du einmal hier ja 44 kills hast du bestimmt oder 43 alter ach ne Temps atac oh jagger er genimm's Ah, bei dem läuft's was als bei mir. Und du hast den S hier. Wenigstens. Schauen wir jetzt meine Mom. Das heißt, das ist AFK Juggernaut. Da sieht's auch einer, der steht gerne vor der Gegnerischen Base. Jederzeit AFK Juggernaut. Der tut nur so. Das ist Taktik. Achtung, jetzt hört er sich gleich die Medusa. Alter. Ey, ist es da nicht. Oh Mann, ey. Ich dachte, er hört sich jetzt die Medusa. Das ist jetzt nicht hart, wenn er im Blick ist. Der schreibt dann noch, wir machen Pause und der schreibt dann auch Fragezeichen. Oh Mann. Ich habe jetzt eine Morbid Mask. Martin, warte mal. Du bist wieder geboren. Du brauchst nix in deinen Scheiß rein. Warte. Du bist wieder geboren. Du brauchst nix in deinen Scheiß rein. Am Arsch. Du verpisst dich jetzt. Du bleibst hier. Hässliche Creeps verpisst euch. Ich lasse mich da nicht einfach kackeiern von dem. Vor allem, wenn er nicht mal blinken kann. Ah, da ist ne Hilfe. Ah, ne Hilfe. Warte, warte, warte. Ich kaufe mir meinen Gamma hin. Äh, ne. So. Alter, ich nehme dir mal grad nen Korea weg. Oh, du. Da ist meine Mom drinnen. Nee. Nimm mich. Das ist schon wichtig für die Weaver. Ja, in der Korea. Aber dann kann ich nicht mehr. So, mache ich mir jetzt ne Art oder ne MKB. Oder ich mache mir einen Blademan. Noch lustiger. Und noch mehr Rüstung. Gibt es irgendwie die maximale Anzahl von Rüstung? Ne, gibt es nicht. Ja, ich habe sie gar nicht mehr angeschaut. Okay. Ich habe sie. Und ich habe jetzt meine. Meine Mom. Stun und du 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 du. Und das ist das, was ich die ganze Zeit haben will eigentlich. So, ja. Du 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 du. Nee, die ist auf cooldown. Ich wollte dir noch was vorführen. Kann du den mal bitte mal alles machen. Okay, den war zur Hilfe. Ah, der war schon tot. Am Arsch, ich habe einen Stun drinnen. Ja. Ich Adam. Ach, ich meine Sparex. Ja, du hast Top-Barack. Verdammt. Oh, das ist schon so. Ich lasse sie mir hier noch mal machen. Da steht ein Tiny. Warte, die Gegner warten in der Base. Achso. Warte, jetzt gehen wir uns an. Ah, den Tiny habe ich vor uns zerfickt oder bin ich ganz stolz darüber? Warte da. Das war die Rechte, ne? Die Nahkampfball. Pfff. Warte mal, ist die Nahkampf, Mann. Immer die TK-German zum Waffe. Hm. Gem, ich liebe es. Ohne mich hättest du den jetzt nicht bekommen. Weil ich hab den Stun... Nee, ich hab doch nicht. Hä? Das lag bestimmt an Coolern. Ich hab bestimmt meinen Stun reingehauen, oder? Hast du bloß nicht zu sehen auf Coolern? Naja, ich hab auf jeden Fall mit meinem Bash getroffen. Bächer. Episode Blade. Vielleicht war es auch der Bächer. So. Blademan. Na, guck mal was der Jugger macht. Ich helfe ihm doch gerne. Oh, guck mal was der Dragon Knight macht. Ich helfe ihm doch gerne. Ich helfe ihm doch gerne, ist doch kein Problem. Ich helfe ihm doch gerne. D, 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 R, U, K. Nein! Oh Mann, ich hab meine, meine, meine Screenshot-Taste nicht gefunden. Wo ist denn? Achter auf links. Gweil. 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 ist mir kommt so auf die ep pro minute an und da bin ich als zweitbestes spiel angeben also aber es hat nur daran dass ich die meiste zeit also geformt habe die daneben geformt das war's mit der ersten folge und dem ersten reink ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen sich hier wieder zu sehen um ein Kölscher sie mir im flug